Mit diesem Talent habt ihr die besten Chancen auf 1ZM, der die Hülleck Gang erreichen kann im FC24 Karrieremodus. 77er Gesamtstärke und 85 Potential mit der perfekten Größe fürs zentrale Mittelfeld sind nur der Anfang, denn seine Werte wurden beim letzten Upgrade so krank gepusht, dass ihn jetzt jeder auf der Liste haben muss. Aber der Reihe nach, wie kommen wir darauf, dass er die Hülleck Gang erreichen kann? Wer nicht weiß, was die Hülleck Gang ist, zu Hülleck Gang gehören Spieler, die in allen sechs Hauptkategorien mindestens einen Wert von 80 oder eben darüber haben. Also ihr merkt schon, diesen Status kann man mit nur sehr wenigen Spielern erreichen, weil diese einfach extrem vielseitig sein müssen. Matt O'Reilly ist aber ein solcher Spieler und hat eben mit 85 Potential die Möglichkeit, sofern man die richtigen Trainingspläne für ihn auswählt, ein Hülleck Gang Mitglied zu werden. 77 schießen, 77 passen, 75 dribbling und 75 physis werden schnell über 80 kommen. Einzig allein bei Geschwindigkeit und Verteidigung müsst ihr mit einem Trainingsplan nachhelfen. Wir empfehlen euch am Anfang den Plan, ballerobernde Mittelfeldspieler zu geben und irgendwann auf Allrounder zu wechseln. Außerdem besticht O'Reilly bereits mit einer 85er Ausdauer, 81 Übersicht und Spielstilen wie First Touch, Grätsche, Technik und entscheidender Pass. Also, mit Matt O'Reilly habt ihr das All-in-One-Paket für die Zukunft.